Alter. Alter. Und hier liegt Öl. 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 Können wir aber nichts machen am Altar. Brauchen wir wahrscheinlich noch irgendwas oder kann ich hier irgendwas hinlegen? Warte mal. Äh. Ter. Kann nicht angewendet werden. Kurbel. Kann nicht angewendet werden. Hm. Okay. Haben wir hier schon mal alles gesehen? Es gibt noch einen Bereich, wo wir noch dicht waren. Das wäre da lang. Oder? Ich glaube schon. Genau. Man kann nicht so schnell hintereinander gammeln. Dauert immer circa 5 Minuten, bis man wieder darf. Sonst würde nämlich der Chat voll gespampt werden. Deswegen. Ne, hier waren wir schon, oder? Oder? Ja. Wo waren wir denn noch nicht? Da lang, ne? Was ist das denn? Stargate? Boah, wie cool das aussieht. Eine Kugel. Okay, dann müssen wir da zurück wahrscheinlich. So. Das... Also die sind bei euch auf dem Bildschirm, nicht bei mir, ne? Könnt ihr mal eure... Könnt ihr mal bei euch aufrollen? Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise. Denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Und ich esse auch Stream-Zuschauer, wenn ich Lust darauf habe. Entschuldigung. Wir müssen auf jeden Fall Kugelstücke aus den Zellen finden. Im Zellentrakt haben wir... ...gesagt bekommen. Ja? Ich seh gar nichts mehr. Ohne Öl. Öl. Ich will lauf. Uah. Uah. Komm näher und probier mich. und lasse einen Präsenzschwein in seinem Zellentakt. Das... Ich komm da später drauf zurück. Aufgenommenes Fleisch. Ah, ja. Äh. Hallo? So, gucken wir mal, ob wir die... Das erinnert mich auch ein bisschen an Outlast hier mit den Zellen, ne? Muss ich sagen. Ich bin ja... Das hat ja alles... Okay, ich werd's, glaub ich, im... I'm nervous. I'm already... I'm Dr. Zhivago. Wer nicht weiß, wer Dr. Zhivago ist, der... guckt bei mir auf dem Channel einfach am Outlast. Und dann weiß warum. I'm nervous. These gods speak volumes. Even though my mind remains silent. They'll be back. Oh. They will be back. I want you back. Ähm. Ja, es fing aber mir alles mit dem Stream mit Outlast an. Man mag es gar nicht glauben. Wo ich ja so ein Schisser bin. Okay, hier oben war schon mal nichts. Warte mal da hinten. Da haben wir schon da hinten geguckt. Äh. Warte. Love! Run, Baby, run! Hello, my friend. I'm eating the brood. Ciao. So. Ähm. So. Wo haben wir denn noch Parzellen? Kumpel. Aber. Na klar. Ich weiß nicht, was ist richtig. Ich meine, schau. Aber wenn du etwas findest, was einen Mann namens Johan High, würdest du es bitte bringen? Ich glaube, du hast mich auf der Weg zu helfen. Eine Rezepte für eine Art Potion. Klaus Gräte. Tschüss. Danke fürs Dasein. Einmal. Schlaf gut. Und tschüsschen. Agrippa. Der strebende Mann. So. Und eine Notiz von einem Mann namens Johan. Weyer. Ich wollte es John Wayne sagen. Oder. Ja. Habe es erst gelesen. John Wayne. Ich denke so. Okay. Äh. Wo müssen wir denn hin? Was ist das denn hier? Wisse, ich denke so. Ja. Wo ist es denn hier? Wer hat es das? Ich finde, es lässt sich ein Schnelles rummeln. Ich denke, es ist ein Schnelles rummelt. Ich denke, es ist ein Schnelles rummelt. Das Bom, es ist alles ganz wichtig! Wie ist das denn hier? Ich bin hier. Ich bin hier in derиниilung. Ich weiß nicht, wie ich das Zahnrad jetzt repariert habe, aber ich weiß auch gar nicht, wofür es ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es. Warum auch immer. Müssen wir mal schauen. Wir schreiben später. Oh Gott, ich habe Angst. Oh, ich habe Angst. Ich mag Dominas. Habe ich nie gesagt. Was? Nein. So. Schon spät. Ich weiß nicht, was ich sage. Wo? Ja, ich mache mal Licht an, damit hier nicht verknüpft wird. Wo soll ich denn hier Teile finden? Die haben aber alle sehr merkwürdige Zellen, ne? Also, bekloppte Zellen. Vielleicht sollte ich da auch mal reingehen für eine Woche. Dann streame ich von da aus, wenn ich Internet habe. Wahrscheinlich bei WLAN. Huch. So. Äh, okay. Ja. Hier ist nichts. Super. So. So, ähm. Alter. Zum Alter. Da waren wir schon. Beim Alter waren wir schon. Ich würde gerne hier noch ein bisschen gucken, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ah, du bist es. Ja, ich kann so... Kann ich hier einfach... Aua. Kann ich einfach meinen Saft abdrehen hier? Warte mal. Ja, ja. Ja, ja. Komm ich hier rein? Hm, warte mal. Das funktioniert nicht. Okay, äh. Fleisch. Ach genau, hier war ja auch noch so viel mit Erkunden. Wir sind ja runtergegangen einfach. Oh Gott, fürchterlich. Wer weiß, was da noch alles kommt. Und ich so großkotzig vorhin. Ja, ich bin mal heute durch. Ich habe ganz vergessen, was da noch alles kommt. Aber normalerweise müssten wir eigentlich relativ nah am Finale sein. Es dürfte eigentlich gar nicht mehr so viel kommen. Äh. Hier geht es eh nicht weiter. Hier gibt es nur eine Tinderbox. Nur eine Zinderbüchse. Genau. Ich kann mich entschauen, wie ich es damals gespielt habe. Ich habe es, glaube ich, auf Englisch gespielt. Mit deutschen Untertiteln. Ich meine, das spiele ich ja jetzt auch. Ach so, ja. Äh, die... Ähm. Die englischen Texte waren aber, äh, das, das, das Interface war auf Englisch, glaube ich. Und mich in der Rechte entsinne. Das funktioniert nicht, ne? Oder? Doch. Warum funktioniert das jetzt auch einmal? Ich habe keine Ahnung. Und mir juckt irgendwie der Kopf. Ich weiß, warum. Weil ich nämlich diese scheiß Mütze aufahne schon die ganze Zeit. So, wo komme ich jetzt... Warte mal. Äh, wo ist hier? Ne. Dann. Ich mache es trotzdem zu Ende. Wir sehen. Kumpel. Hallo, Doug Planton. Ich grüße Sie. Willkommen zum Live-Lens-Play. Von Amnesia. Äh, hallo? Okay. So. Die... Die... Die Münze ist sexy? Was? Ich habe die Münze nur auf, weil ich mir zu faul war, die Haare zu machen. Ja. Deswegen. Genau deswegen. Ich bin ja nicht im Schönheitswettbewerb, ne? Ich bin ja im Stream. So. Ich mache jetzt mein Licht hier an. Damit wir hier ein bisschen Licht haben in der Bude. So. Und ein Zettel zum Lesen. Wair verspottet mich an der anderen Seite. Ich vertraue ihm den wahren Grund meiner Anstrengung an. Dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Es ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welpen. William behauptet, er versucht sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich muss ihn aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gerne diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Wair sagt mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamtad verabreiche. Die giftigen Pilze sollen Leben, Lähmung wirkend, Wirkungen haben. Dazu muss ich die inneren Drüsen eines großen Exemplars finden. Der Altraum scheint für diese Sorte furchtbaren Boden zu sein. Da könnte ich einen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes bliebigen gequälten Menschenopfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Templer hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit den Buchstaben scheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des Wasserbewohners Karink. Ich muss mit Wair darüber sprechen. Es muss mir ein Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gute präsentierte Quelle sollte genug davon enthalten. Eieieiei. So. Machen wir mal. Nein, ich will erst die untere Schublade. Okay. Dann jetzt die mittlere. Da ist eine Tinderbox. So. Tinderbox. Und hier die. Rrrr. Bei Hofe wird man im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt. Und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Ort zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe. Nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. So. Hallo Alex, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Einen wunderschönen guten Abend. Alter, 20 Zuschauer, ihr seid verrückt. Vielen Dank. Alex, um die Uhr ist er noch wach. Was ist mit dir denn los? So. Albtraumeingang. Die dicke Flüssigkeit verteilt sich auf seiner Zunge. Er schluckte übermütig, um kein Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf den Wald und den... Die Morgensonne. Wir das alles hier ein Ende haben, fragte er sich. Das klingt so nach Finale hier gerade alles. Äh... Was ist denn hier? Ist mein Schlafzimmer. Ist 1 zu 1 nachgebildet. So, ein Zettel. So, ein Zettel. So, ein Zettel. Ich will es nicht tun. Ich will es nicht tun. Ich will raus. Was? Ja. Keine Nachtschicht heute. Das ist super. Okay. Ist tut mir leid. Ich will es nicht tun. Für dich. Für dich. Jetzt noch mal. Mitdreue deine Schäden aus meinem Domain. Mein Domain. www.flex.de So. Nein, habe ich nicht. Ähm... Nein, das ist nicht viel Zeit. Ich kann es fühlen. Wir müssen schnell agieren. Ich werde es tun, was es braucht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Es... Ähm... Der hing da gerade noch nicht, oder? Ui... Hey! Jawohl! Juhu! Das sind neue Schiffsschaukel im Phantasialand. Oder im Heidepark. Heidepark-Soltau! Dö, dö, dö! Entschuldigung. Ähm... Ich will das nicht tun. Was auch immer jetzt hier mich in diesem Raum erwartet. Hallo? Kann ich? Ich würde gerne... Genau, danke. Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Und anschließend gingen sie kacken. Entschuldigung. So. Das war jetzt so... Das war einfach so... Ich kann es hier... Das ist schon nach 10. Ich kann es hier... Da hängt noch jemand. Mit dem S auf der Brust. Be crazy. Ähm... Haui. Ssss. How is Framerate? Framerate ist mega. Also es läuft sehr flüssig. Also es ist, glaube ich, kaum... Kaum... Äh... Einbooster. Ich muss sagen, es läuft relativ sauer. Altarum, Haupthalle. Die Angst überkam ihm erneut. Es griff nochmals nach der leeren Flasche Land um. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Hallo, David... David... Was... Was... David... Jill... Wie heißt er? David... Jill... Jons... Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Love your assent. Thank you, my friend. Äh... Oh, was? My English is not very good. My German is not much better. And welcome to the Let's Play Live show every Friday and Saturday at 8pm in German time. My English is so bad. Bin ich denn jetzt hier? Mein Dualshock-Controller ist fast leer. Willst du mich verarschen? Das trifft sich super. Oh, my controller is empty. Me too. Mine too. Hey, Craig! Amnesia is a very well game. This is nice. Nice game. So amazing. From the atmosphere and the gameplay. Let's play... Oh, was? Thanks, you're very kind. Nice to meet you, my friend. And welcome. Oh, my God. Help me! Where am I? Ah! Sorry. So. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ich hab... Wo geht's denn hin? Das ist grad der Startspiele-Sound, den ich grad höre. Oh! Very big thank you for the... following my channel. You're very nice, man. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. Yes, of course. Yes, of course, man. And you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them full... ...with the hammer. One, two, three, four. Hammer time! No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days... Make a bino. Yes, it's so amazing. You have really fun with this game. It's a really nice... Ah! Ein Stück Kugel! Wir haben ein Stück Kugel! Yay! Wir haben ein Stück von der Kugel gefunden. So, was haben wir... Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um sein Bein legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen den Hammer und schlugen damit einen letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper seines Opfers. Schöne Kugel, es ist so... Manchmal geht's mit mir durch. Just looks a bit dark. Yeah, this is about the stream. You can, uh, uh, turn it on the, uh, gamma. Up. Uh, so good. Uh, so good. It's, it's, uh, the stream is a little bit darker, when you stream the game. But the game is, it's, uh, 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 uh. Go away! Go! Oh God. Uh, 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 uh. Kann ich hier, warte mal, hier. Oh, Tinderbox. Yeah, I found the Tinderbox. Kann ich hier? Kann ich nicht? Nein, warum? Oder? Doch, kann ich. Wo bin ich? Ich weiß, dass du hier bist. Ich bin nicht alleine. So, wo geht's hier hin? Ja, wo ist der... ...Krau? Wo ist der Kau? Der Verräter wusste nicht, was er von den Miss... Ich wollte gerade Missgeburten lesen. ...Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennenden Hitze anfing, sein Haut zu versiegen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es ein Grab sein sollte. Seine Schmerzschreie halten in der Messingkammer wieder drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenden Bullen brüllen hören. Alter, wie furchtbar. Warte mal, geht das? Ich dachte, ich könnte das Fleisch da reinlegen. Teer vielleicht? Nein. Okay, wir müssen irgendwas hier reinlegen, glaube ich. Oh, wir können es sogar anzünden. Boah, Alter. Boah, wie qualvoll muss das gewesen sein, ganz ehrlich. Ich glaube, es reicht sogar schon. Boah, fürchterlich. Ich stelle mir das gerade vor. Oh, ein Stück Kugel. Yeah. Boah, fürchterlich. Das muss gruselig gewesen sein. Was, man sieht einfach nur schwarz, wenn du ohne Lampe läufst? Ernsthaft? Ist es so dunkel? Ist es echt so? Warte mal, ich mach mal eben. Also hier im Let's Play, also in der Aufnahme geht es eigentlich. Ist es echt so? Warte mal, dann mach ich mal eben. Warte mal, Optionen. Äh, warte mal. Auswählen, so. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Ich hab mal den Gamma-Wert in den Augen gedreht. So. Muss ich kurz warten. Chat aktualisieren. So. Jetzt mal gucken gleich. Ist sie alles gut? Okay. Ja, gut. Wo komm ich denn? Warte mal, wo geht's denn? Hä? Irgendwie vibriert gerade der Controller. Ich weiß gar nicht, warum. Ich frag mich, ob ich mal wieder langlaufen kann, ohne was zu sehen. Ich seh was. Im Stream ist es eh immer ein bisschen dunkler. Das ist das große Problem. Ich weiß nicht, warum. Äh, waren wir hier schon? Das ist die Folterkammer, glaube ich. Oh Gott. Hallo? Hallo? Höh. Zünd in der Box. Alter! Es ist halb eins. Willst du mich verarschen? Der Fälscher stand völlig still. Der Sack war verschlossen worden. Aber es drang noch ein schwacher Lichtstein ins Innere. Unzählige, einzelne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warten darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben das Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Ja, ich kann es doch nicht ändern. Das war doch das Spiel. Ich habe mich so selber erschrocken. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich bin ein Mann. Oh, das war doch nur Wüsten. Alter. Hallo? Ein Stück Kugel. Yeah. Kann ich jetzt... Warte mal. Wie viele Stücke muss ich denn finden? Wahrscheinlich vier, ne? Nein, kann ich nicht. Warum? Ich kann die Stücke Kugel nicht zusammensetzen. Wo muss ich hin? I don't know. Alter. Mich juckt schon wieder. Oh Gott. Wie lange will ich aufnehmen? Ist ja furchtbar. Nein, ist nicht furchtbar. Ist cool. Wie geil. Sollten wir häufiger machen, solange streamen. Da komme ich wenigstens mal zum Aufnehmen. Ich muss Bioshocker auch aufnehmen. Fällt mir gerade ein. Oh, wo kommt man hier hin? Eingang Albtraum? Ne, warte mal. Haben wir jetzt hier alles gefunden? Oder? Weil der Raum sieht so riesig aus. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier vielleicht was übersehen haben. Ich gehe mal hier einfach mal weiter. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ich bleibe mal am Rand. Lalalalalala. Lalalalalala. Das schreit schon wieder irgendjemand. Ich könnte gleich euch mal eine Pause gebrauchen. Okay, hier machen wir schon. Hier ist da. Machen wir schon. Das war das Rad. Achso, hier war die Brücke, ne? Genau. Mal hier. So. Dann kann man hier rüber. Ich gehe mal anstatt rechts mal links lang. Mal gucken. Warte mal, kann ich jetzt mal gucken im Stream? Ah, das ist echt Sättung. Können wir trotzdem irgendwie... Trotzdem kann man noch was sehen. Äh. Oh, hallo. Ciao. Da lief jemand. Ich will gar nicht wissen, wer... Ich will gar nicht... Ich will gar nicht wissen, wer... Okay, hier ist eh nichts. Geh weg. Lass mich. Geh weg, lass mich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Äh. Wo ist der Ausgang? Hä? War doch gerade die Tür hier, oder nicht? Ah, hier. Vielleicht müssen wir echt wieder zurück. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich kann es nicht so schnell lesen. Hör auf, Ladebildschirm. Das ist unfair. Waren wir hier schon? Ich glaube, hier war... Ah ja, hier waren wir schon, ne? Genau, hier war... Genau. Ich gehe nochmal zurück. So, ja, hier Hauptschiff. Hauptschiff. Er öffnete vorsichtig den Körper des Mannes und dachte sich dabei, so muss ich Vater bei der Arbeit fühlen. ein Künstler zu sein, der auf seinen feinfühligen Fähigkeiten angewiesen ist, macht einen in gewisser Weise stolz. Ja. Freunde. Ich weiß gar nicht. Ja. Hm. Ich bin da ein wenig... Ach, da drüben waren wir ja noch nicht gewesen, ne? Können wir auch mal hingehen? Ja. Ach, ich gehe gut. Ja. Ja. Du hast Lyle's Recipe gefunden, dass es immer noch eine Chance sein könnte. Hör auf, Ladebildschirm. Alexander ist auf der Öffnung einer Garten. Eine Tür zu einer anderen Welt. Das ist, wo er will, um zu gehen. Wenn du deinen Angst anziehen kannst, lasst ihn das Porto öffnen, bevor du deine Rehabilitation. Lass mich dann über die Garten passen. Bitte, find die Ingenie und prepare den Tonic, wie er beschreibt. Und mach das, bevor du die Rehabilitation sammeln kannst. Die Barriere, die dich aus dem Inneren Sanctum, wird nur für eine kurze Zeit verbreitet. Obwohl alles beobachtet wird, bevor du die Rehabilitation anziehen kannst, wirst du mich nicht beobachten können. Okay. Memento. Agrippa. Der strebende Mann braucht ein spezielles Tonicum, das ihn rettet. Das machen wir in einer weiteren Folge. The Amnesia. Amnesia. The Dark Descent. Auf YouTube. Halt die Klappe. Ich rede gerade. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Das restliche Kugelstück könnte im Querschiff gefunden werden. Das machen wir in einer weiteren Folge. Amnesia. The Dark Descent. Machen wir auf YouTube. Jetzt erstmal eine kleine Folgenpause. Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Bis dann. Ciao. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Ich fahre.